Guten Morgen und Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Trackmanian. Na ihr Trackmanianer, habt ihr gut geschlafen? Dann heute machen wir weiter. Wir haben hier eine Stelle, ein Problem. Wir haben da eine Kante, die wir erstmal ausbügeln müssen. Welche Kante meine ich, die ich euch jetzt hier zeige? Okay, ich hoffe ihr habt jetzt keine Zaunstörungen gehabt, wie ich eben. Äh, ich meine, hier diese Kante, die passt gar nicht dazu. Also, ja, die müssen wir dann gucken, dass wir die ausbefügeln kriegen. Ich denke, hier sim. Ich bin sehr gut damit, dass ich nicht die Ausbefungsstelle besuchen. Ich denke, das ist ein, dass ich nicht die Fülle bin. Aber ich denke, dass ich nicht die Ausbefungsstelle bin. Ich denke, das ist ein, was ich nicht zu tun, die ich nicht zu tun. Ich denke, da wird das nicht zu tun. Ich denke, ich sage, dass das nicht zu spüren ist. Dann wird das Ganze hier ein bisschen tiefer. Nicht schön. Na gut, noch mal so. Geht ja wieder an, das ist schließlich. Dann wird eben die Boxengasse ein Stückchen kürzer. Dann wird die Boxengasse ein Stückchen kürzer. Okay. 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 Das geht dann eben nicht so. Okay. 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 auch mein Geld verwaltet, habe ich gesagt bekommen, du Schatz hör zu, alles kein Problem, dein Trackmania Server kriegst du. Schön, ich habe die Frage nur wann. Mit den Teilen bauen wir auch irgendwann noch mal. Na, wer schreibt mir dann da jetzt? Ja, was wollen wir eigentlich heute großartig machen, eine sehr gute Frage, wie jetzt? Man sollte aber erstmal wirklich gucken, dass man auf der richtigen Spur ist. Wäre das nicht schlecht sinnvoll? Jetzt brauche ich zum dritten Mal dieses blöde Teil neu. Okay, langsam reicht es mir. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn ich da so eine Kurve einsetzten, muss ich mir für die Kurve was ausdenken. Dann denken wir uns auch eine Schikane aus, hm? Was findet ihr davon? Geht halt nicht anders. Ich hätte auch gerne eine normale Kurve drin. So. Letz. Drei. Drei. Vier. Drei. So. Machen wir jetzt mal kurz an den Skript Ja, wie ein Skript Ganz einfach Ich war ja schon so Frei und fair Hab die Skripts Schon Schon gesichert gehabt Äh, nee, das ist falsch So Verbrauchst du es gut? Neues Skript Die Auftankskript Wenn ihr euch jetzt fragt Äh, ja, ihr zaubert jetzt einfach die Skripte aus seinem Äh, Dings Aus seinem Speicher Leute, das ist dasselbe Skript, den wir zusammengebaut haben So, auch wenn die Strecke jetzt noch nicht so viel hergibt Will ich einfach schon mal die ersten 10 Runden fahren Einfach um zu testen So aussieht Äh, da, 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 da Und dann testen wir unsere ersten 10 Runden Immer gespannt Wann und wie oft wir tanken müssen Und außerdem Wie lang die Strecke ist Wie lang die Strecke ist Wie der jetzt schon wirklich fertig ist Ist das hier So, und hier Steigen wir Ja, hier müssen wir aufpassen Hier fliegt man raus Also wir warten jetzt fast an der Minute dran, kann das sein? Das heißt, wir müssen noch was einbauen Das ist zu kurz Ich habe nämlich kurz gesagt, alles was über eine Minute ist, ist okay Alles was über zwei Minuten ist, ist schon wieder zu stressig Alles was unter einer Minute ist, ist einfach zu kurz Wenn sich das herausstellt, dass wir in der zweiten Runde, wo wir in der Fliegenrunde sind, zu kurz sind Dann Haben wir ein Problem Äh, okay Haben wir jetzt eine Toleranz-Wert? Ich denke mal, Crocs jetzt schafft es auf 55 oder sogar auf 50, das heißt Wir müssen zwar uns glaube ich noch was einbauen Aber keine Lust Nein, das war's schon Ja Die Stelle wird dann am schlimmsten Ich denke, wir haben da verhastet die Stelle Wenn der da nämlich rausfliegt Ähm Ja Schon draußen Jetzt haben wir jetzt natürlich keine Referenzzeit, weil wir eben rausgekommen sind Okay Nächster Versuch Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na gut Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na wie und wo? Zumindest was? Was ist, wenn ich die Kurve hier enger mache? Ich komme gleich auf die Kurve nicht mehr raus. Das ist jetzt die Lösung. Ich komme gleich auf die Kurve zu suchen. Ich komme gleich auf die Kurve zu suchen. Mal gucken, wenn wir da auch unter den Tisch gehen. Können wir da unter den Tisch gehen? Können wir da was machen? Oder kommen wir hier wieder? Oder? 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 Nein, das geht super. Das ist ja allerliebst. Da geht es nicht. Ja klar. Ist das jetzt eigentlich eine lange Kurve oder ist das eine kurze? Das ist einfach nur eine überdeckte Kurve. Das ist einfach nur eine kurze 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 Kurve. Da muss man mit der Kurve dazu haben. Das hat man hier nicht einfach. Wie sieht sich das aus? So, dann gucken wir doch mal, ob das jetzt passt. Weitere Zimmer. Zumindest die ersten drei oder fünf Runden, um ein Referenz-Zeit zu haben. Übrigens habe ich jetzt rausgefunden, wie das mit den Schultern funktioniert. Daher... Oh, ja. Okay, wir haben gerade die Ruckler gemerkt. Ich sollte vielleicht da mal zwischenspeichern, dass er dann wieder besser läuft. So, wir haben jetzt noch ein paar Sachen. So, wir haben jetzt noch ein paar Sachen. Was ist denn jetzt? Ach man, du hast nicht zu ruckeln! Nicht jetzt! Ja, damit ist die erste Folge schon wieder rum. Und ja... Ich weiß nicht, wieso er jetzt schon wieder ruckelt, warum er jetzt schon wieder Stress macht. Ja, falls euch die Folge gefallen hat und mir Anregungen habt und Ideen, schreibt sie mir rein. Auch Kritiken. Auch gerne erwünscht. Mit einem Dis-Like kann ich hier nichts anfangen. Ohne irgend so wissen, was hier los ist. Äh... Ach das ist kein Spaß. Also in dem Sinne dann... Man hört... äh... Ja... Falsch. Äh... Ich grüße dann hiermit noch die Spontanzuschauer, die Abonnenten und die, die mich mögen. Inklusive meiner Frau. Also... Also... Have fun und good race! Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.